Wer die letzten Wochen in die St. Pöltener Innenstadt fahren wollte, musste sich schon besonders gut auskennen. Verkehr ist ein dauerpräsentes und polarisierendes Thema in der Landeshauptstadt. Wir haben uns einen Monat lang in einem Schwerpunktthema mit dem Thema Verkehr in St. Pölten beschäftigt und diskutieren die Ergebnisse mit einem Expertenplenum in der Fahrschule Sauer am Donnerstag, 28. Juli um 19 Uhr. Alle sind herzlich eingeladen teilzunehmen. Mehr Informationen zur Anmeldung finden Sie im Posting-Link.